Herzlich Willkommen zu einem neuen Abenteuer in New New York. Wie ihr hoffentlich merkt, habe ich mir ein bisschen Gedanken um den Ton gemacht und ich hoffe, das ist schon deutlich besser so, dass die Musik nicht mehr ganz so dünn klingt, sondern ein bisschen so, wie sie tatsächlich auch im Original ist. Ich habe heute nicht ganz so viel spielen können, von daher gucken wir einfach mal. Ich glaube es nicht, dass du das ganze Obst in weniger als eine Minute gegessen hast. Das schnelle Verstrengen ganzer Früchte ist die Spitze der gustatorischen Dekadenz. Das musst du unbedingt mal ausprobieren. Würde ich gerne, aber mein blöder Körper muss immer alles erst kauen, bevor ich es essen kann. Ich kann mir kein grausameres Schicksal vorstellen. So, wie ihr seht, habe ich den Hedonismus Bot. Ich musste hier ein bisschen die Gebäude zusammenschieben. Das war die Belohnung für 5 Tage in Folge spielen. Was hat er denn für ein Problem? Ich bin auf der Suche nach einem Einöl-Partner-Professor. Mein sonstiger Schmiergenosse wurde energisch in ein Wurmloch gezogen. Hast du Lust, dich mir anzuschließen? Einöl war es nun nicht leider unter einer chronisch trockenen Epidermis. Oh, aus dem alten Ding haben wir dich im Handumdrehen aus. Also, dann... Das war doch englisch, oder? Ich habe vorher gar nicht gemerkt, dass die Sprachausgaben nicht auf Deutsch sind. Hey, schau hier! Da ist ja alles abernten. Hey, Stufenaufstieg! Wo sind auch gar nicht welche Materialien denn ich für alles zusammen habe? Sehe ich das irgendwo? Da ist ja alles, was ich bauen kann. Vorräte. Aber hier sehen wir es jetzt. Von diesen, was auch immer das ist. Soßen-Töpfen haben wir immerhin schon zwei. Davon haben wir auch schon zwei. Und vom anderen brauchen wir noch eins. Mal gucken, ob wir das nicht hinbekommen. Aber erst müssen wir wieder unsere Raummission machen. Weil wir sonst nicht genügend Leute dafür haben. Ist noch irgendwas, was wir abernten müssen? Ne. Ich habe übrigens hier noch ein neues Feld frei gehypnotisiert. Ich habe übrigens auch nur einen von diesen Robotern, habe ich festgestellt. Jeder weitere kostet 50 Pizzastücke. Ansonsten kann ich mal nur eine Bauaufgabe gleichzeitig machen. Ich bin schon... Nein, ich wollte da... 150 habe ich nicht. Äh... Genau, Mission. Wo gehen wir hin? Zum Mars nochmal? Die hatten wir zu 100% abgeschlossen. Hier, das müssen wir sowieso machen. Boogaloo-Bande. Ähm... Bande. Ähm... Ja, dann mal los. Ich bin ja nur am hin- und herschieben vor dem Teil. Achso, da brauche ich den Roboter frei für. Ne. Dann machen wir hier nochmal Cowboys im Weltraum und versuchen dann mal die 100%. gut. Da brauche ich Amy für. Ich soll mal sehen, was ich mittlerweile schlauer anstellen als vorher. das ist eh kaputt. Wer schießt zuerst? Au! 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 Aber es gibt hier nicht. Ne. Ja, halt! Halt! Komm, wir fliegen einmal hier unten in die Kurve. Hallo Rausch, flieg doch mal hier hin. Wieso fliegst du denn nicht da lang? Was muss ich denn tun, damit du hier lang fliegst? Das ist aber höchst ärgerlich, ich will doch die Hypnotoden da haben. Ölkanister, die brauchen wir doch auch für die Verkleidung, oder? Aber Hypnotonen waren jetzt nicht so viele. Ah, da oben sieht man hier, wieviel da, genau, da haben wir jetzt schon genug von. Was brauchen wir hiervon noch, eins, das kann entweder der Bender machen, oder die Amy. Und das hier, der Professor, oder der Fry, okay, das heißt wir haben ja von jedem zwei Möglichkeiten. Da haben wir sonst noch was wir tun müssen. Den Laptop Dance, den können wir noch nicht machen. Da müssen wir etwas bauen. Und um das zu bauen, brauchen wir den Scruffy. Dafür brauchen wir irgendwas anderes, verstehe ich noch nicht so ganz. Also ich glaube wir brauchen erst den Roboter Fry. Da weiß ich noch nicht, wie kann. Kommt bald. Was ist mit ihmchen hier? Achso, dann brauchen wir erst den Artefakt. Das ist doch alles Quark. Hermes. Ups, nein. Da, das will ich. Das sind die Boogalows, können wir auch noch nicht. Das ist ja. Dann lasst er sich mal einölen, macht er schon. Dann lasst man Bender über zum Regen laden. Und wir lassen dem Professor verschiedene lange Kabel bewundern. Damit sollte dann das auch erledigt sein. So, dann können wir hier nochmal gucken. Machen wir jetzt möglichst lange Sachen. Na ja, auch wieder zu lang. Da sieht man schon gar nicht. Wie lange dauert das? Lang genug. So. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann den Roboter Fry haben. Bis dann. Tschüss. Und schreibt mal in die Kommentare, ob das mit dem Sound jetzt so besser war. Bis dann noch mal in die Kommentare. So, dann nur noch bis dann. Für die Kommentare ist ein Interesse über ciertoes Painstremens? Und das 씨, wenn dakt. Und sozusagen include... iping dramatically auf der Kabel wird nochmal rein.